Wenn ihr hört, was der heutige Fersau sitzt, wird das Display nochmal gespitzt. Ab dem März meint der Berset und das ist Tolli, können wir wieder in die Läden, Museen und in die Zolli. Ab dem 1. April, wenn die Fallzahlen sinken, dürfen wieder 50 ins Jogli, schauen, wie sie gehen. Da meint der Burgner, hinunter fahren, kriegen wir erst noch 50 hin. Gestern gegen Winterthur wären alle 50 sauer. Nach dem Match meint der Stocker, wir müssen uns schämen, schaffen wir es aber nur zusammen. Zusammen, das sind mindestens zwei. Das Forza ist aber schon lange ganz allein. Einen weg hoffe ich, dass der Trainer bleibt. Jetzt, wo ich endlich weiss, wie man Schiriakko schreibt. Der Pululu geht, der Kululu kommt. Da sagt der Pululu, du Kululu, der bald einst rund. Der Widmer auf dem Rasen hockt er, geht noch 40 Minuten auch lieber zum Doktor. Ich kann da sofort schon anfangen, darf ich jetzt grad auch wieder raus. Der Nikolic hat den Rücken weh. Man hat ihn schon lange nicht mehr so viel Bucke gesehen. Wenn du richtig siehst, dann ohne Balle, meistens in der Offside fallen. Der Ball sieht auch nur, es ist nicht zu sagen, wenn er ihn am Anfang dürfe aufs Spielfeld tragen. Der Klose hat sich auf die Stirn geschrieben, wäre doch in England geblieben. Der Chekro war für Köchers geboren. Sucht und sucht, wann ich hätte die Ball verloren. Leider hat dann beide Team Kasani. Auch nur zwei Beine und dazu noch ganz lahme. Da meint der Heri, dass wir gar nicht so traurig sein müssen, solange uns die Fans vor dem Stadion noch abholen würden. So alle zusammen, bis morgen.